Ja, wir sehen hier schon, die Leute umarmen sich die ganze Zeit. Das ist eine Tradition am Japan-Tag. Und die sind schon ganz wild. Ich suche mir mal jetzt mal jemanden aus hier. Einmal angefangen, einmal durch. Mir wird ja gerade gesagt, ich muss ja einmal durchgehen jetzt gerade. Habt ihr ja gerade schon gesagt, Free Hugs. Was ist die Motivation für euch dahinter? Einfach Liebe. Wir umarmen alle Menschen, weil das ist nicht immer so. Das ist mal was Neues. Ja, woher kommt die Motivation, dass du hier so viele Leute umarmenst? Das ist schon krass. Du lernst total viele neue nette Leute kennen. Das macht einfach total Spaß, weil die alle so freundlich sind. Und ganz ehrlich, im normalen Leben lernst du die so nicht kennen. Da gehst du so an denen vorbei. Also würdest du schon sagen, kennenlernen, weil du drückst ja nur ganz kurz? Ja, da kommen auch Gespräche zustande. Ja, okay. Ja, krass. Lestes Jahr habe ich mehrere Nummern dadurch und mehrere Freunde dadurch kennengelernt. Ja, ich glaube, das müssen wir auch mal merken. Ja, wie ist es bei dir? Ich bin wegen meiner Freundin hier. Bei mir ist es zum Beispiel, ich weiß nicht, es macht einen einfach glücklich. So, wenn man deprimiert ist, man braucht Menschen zum Armen. Und hier ist es einfach, hier umarmt jeder jeden. So, wie als würde man die Leute schon ewig kennen. Ja, krass. Finde ich cool. Wie ist das bei dir? Genau, das ist einfach schön. Das ist eine Community von Liebe, weißt du? Ist das in Ordnung, wenn du kurz vor der Kamera bist? Ja, du bist hier anscheinend mit der Intention auch hingekommen, weil du hast auch ein fertiges Schild. Ist es bei dir auch genauso, einfach Liebe zu verbreiten? Ja, es ist einfach schön, Menschen zum Armen.